Geister der Vergangenheit! Na, so beginnt ein Part ja gut. Na, jetzt ist mal gut, wir wissen's ja. Neuer Part und dann auch gleich eine Diebin in der Hauptstadt. Na, jetzt, was das? Was ist das? Was ist das? Was sind wir? Was sind wir? Was ist das? Sie wird anscheinend ganz klar vom Rachegeist ihres Vaters kontrolliert. Weil als ihr Vater ermordet wurde, war er voller Zorn darüber, dass er vom Königshaus und generell von den anderen Adeligen ermordet wurde, hintergangen wurde. Und irgendwie hat er seinen Hass wohl in die Zukunft geschickt, zu seiner Tochter. Ein Hass, der sie jetzt vereinnahmt hatte. Sowas sollte man eigentlich seinen Kindern nicht wünschen. Oder seine Ideale seinen Kindern aufdrücken. Ah, was hab ich denn jetzt gemacht? Es ist immer wieder ein bisschen problematisch, wenn die Kameraführung... So miserabel ist... Oh Mensch, die Kameraführung ist wirklich ziemlich... Miserabel... Wow, was ist das denn jetzt? Okay, wir haben sie besiegt. Wir haben Kana bezwungen, aber... Wie geht denn das Ganze jetzt weiter? Was ist das? Es ist ja wirklich keine favoros�ische Geschalbach... Wir haben esACK, wennest du in einem 100 Jahre lang build'reise sendet, rund um meinStatung zu zielendsee Chelsea... Also jetzt müssen wir auf jeden Fall zum König der Magier. Schau, ich bin weggeflogen. Karuna. Yami, du hast das alles, dass du sofort Karuna hast. Ja, das war Karuna. Aber es war ein bisschen wie ein anderes Kind. Das war's für mich. Ja, genau. Nachdem ich ihn zu sehen, habe ich ihn mit dem Mann gelegt. Ich denke, dass ich es nicht so gut. Der Mann war mit Karuna zusammen. Der Mann war 28 Jahre alt. Das ist 14 Jahre alt. Hey, Yami. Der Mann war der Mann? Ich glaube, er war 18. Und da kommt auch schon der König. Der König ist das? Du bist ... 闇? 闇? Ach ... 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 Ja, aber ich denke, dass ich mich daran erinnere. Das ist ein Traurig. Aber ich weiß auch, was ich? Ja, das stimmt. Ich habe mich dann wiederholfen. Ich habe mich daran, dass ich mich wirklich daran erinnere hatte. Ich habe mich daran, dass ich mich daran erinnere. Ich habe mich daran, dass ich mich daran erinnere. Das war's für mich. Nein, lieber nicht. Papierkram, viel zu anstrengend. Wir lassen lieber Taten sprechen und werden dann erstmal ein paar alte Erinnerungen wachrütteln. Mit nur einem Versuch abschließen. Also bis jetzt ist das Ganze ja ziemlich einfach hier. Wir machen ja sowieso alles aktuell auf dem Standardmodus. Aber, hm. Ich frage mich, wie das trotz allem jetzt noch weitergehen wird. Und vor allem, wann der Augenblick kommen mag, wo Yami wieder sein altes Aussehen hat. Also, wann er sagt, der richtige Yami wiederkommt. Mal sehen. Ich frage mich, wie das Karnas und Karnas und Karnas und Karnas und Karnas. 30年前に死んでんなら 俺があいつと会うわけねーだろ 14年前に会ってるってことだもんね それなんだけどね カルナフレーゼの死亡届は14年前に 重ねてる 30年前に途絶えた家の人間がなんで 14年前に死んだことになってるのよ 間の16年はどうなってるの それはわからないな どうかの人もここに変わりたいだっけ どんどんの風景の場所が分かるだろうね 行きますか? はい。教えてくれ 左のフレーゼ・フレーゼ・フレーゼ・フレーゼ・フレーゼ・フレーゼ・フレーゼ・キョウ 多分この簡単な床がカルナのものだね フレーゼが死んだけたら、40年前に死んだから Aber es ist ein Foto von Katern zu tun, die ich aus dem Schlüssel zu gehen. Ich habe den Foto von mir vielmehr aufgehend. Na, Yami! Du bist und Karener ist wel ein Teil von der Katern? Aいつ dient ein ganzes Witz ist nicht früher. Aber ich glaube, ich bin hier ein Mensch... Ich war damals ein Mensch, der sich nicht daran. Als nächster, sie sollen 이쁜 Chlover auswärts sein. Ich habe keine Ahnung, dass ich immer wieder aufschraubt und schraubt. Und dann war ich noch aufschraubt. Und dann bin ich, als ich zu verlettern, als ich einen Mann zu verlettern bin. Ich bin nur jetzt am ich, aber ich bin noch immer aufschraubt. Ich habe mich selbst zu verlettern. Ich habe mich sehr angeschaut, und ich war mit dem Team zusammen. Nach dem Tag, in der Nachmittag zu essen, habe ich noch eine gute Frau mitgebracht. Hast du dich? Hier? Was ist das? Wir haben das Haus. Was ist das Hora? Ich weiß nicht, was ich zu sprechen. Was hast du denn da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Ihr seid! Wir sind hier! Was? Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht mehr. Was? Ich habe mich mit einem anderen. Es war schwer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit einem anderen. Ich habe mich mit einem anderen. Ich habe ohne die Ahnung. Ich habe ein ganzes Schlauch. Ich habe keine Ahnung. Jetzt noch ein Timexpodle. Ich habe jeden Tag nach einem anderen Lobelgegeges gefunden. Das Lobelgegeges hat die Ahnung. Ja, du hast du viel Geld verdient. Na, wirklich? Du hast du Geld verdient? Das ist mein Geld für mich. Du hast du Geld verdient. Hier ist es... Du hast du Geld? Warum? Wie ist denn? Haruna? Wie ist denn diese Kugel-Kazari in diesem Ort? Hey! Wo geht's denn, Haruna? Er hat sich plötzlich herausgefunden. Und in der ersten Seite, ein Haus der Kugel-Kazari war. Das ist schön, Minnes. Wer ist das? Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich weiß nicht, was du? Der Schmuck ist das, was du? Das ist das, was du? Was ist das, was du? Das ist... Das ist das, was du? Du... 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 Das ist... du... du... Und du... du... dann bin ich... du... ... und bin ich wieder zurückgegangen... Fuuu... Du... 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 Das ist ein Zog! Geh'n Geh'n nicht. Ich bin恨ge. Karnas! Karnas, Karnas und ich bin mit dem Karnasen. Karnas und ich bin mit Karnasen. Und dann... ...ich... 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 Okay, wir gehen! Ja. Ich würde mich überraschieren. Wenn ich das so machen möchte, dann würde ich das unterstützen. Ich würde mich auch immer wieder unterstützen. Na gut, somit wäre die Sache geklärt. Und willkommen im Treibsand-Dungeon. Oh, Astor, gehen wir. Es war schnell, oder? Ja. Es ist schlecht, oder? Wenn du mal hierher kommst. Ich würde mich einfach nicht sagen. Na gut. Ich würde mich nicht nur für die neue Kombi sagen. Das ist eine gute Entscheidung. Na gut. Ich würde mich nicht aufpassen. Gehen. Gehen. Eisnacht. Ein paar Knochen. Jetzt wird sich dann gleich auch wohl zeigen, wie viele Monate wirklich in der Hauptstory dieses Spiel oder die Story hier selbst spielt. Okay, Kampf beginnt. Wir siegen die Truppen mit magischer Königsreder. Und wenn ihr in der Welt habt, dass sie sonst noch nicht losgeistet haben. Geistet, dann losgeistet haben wir uns zurück. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Das ist kein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Ich habe noch nicht mehr. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Hm, der Dungeon an sich sieht ja sehr interessant aus. Aber ich sollte langsam auch mal die Verteidigung ein bisschen lernen. Ja, ich sollte wirklich langsam mal die Verteidigung ein bisschen besser lernen. So, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Haben wir schon fast alle Truppen mir besie... Was war das? Na gut, wir haben schon die zweiten Truppen besiegt. Hier drüben sieht es auf jeden Fall dann... Okay, hier müssen wir, wie es aussieht, später hin. So langsam mal sicher... Habe ich anscheinend begriffen, was meine ultimative Magie wohl. Oh. 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 Ich habe mich mit den Schwimmen. Was ist denn hier? Ich gebe dir nichts dafür. Jetzt bin ich mit. Gehe dir das doch nicht. Gehe! 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 Also das ist beim besten Willen nicht gerade sehr gut, wenn wir... Dadurch, dass wir die Gegner wirklich nicht anvisieren können. Also ernsthaft, dadurch, dass wir unsere Gegner wirklich nicht anvisieren können. Haben wir wirklich ein paar klitzkleine Probleme hier. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, das Ganze spielt noch... ...vor der Meerestempel-Geschichte. Tja, was geschieht jetzt mit dem Dungeon? Das ist jetzt die große Frage aller Frage. Was ist mit dem Dungeon jetzt geschehen? Anscheinend, das Mana wird instabil. Also schätze ich mal, dass der Dungeon in die Luft fliegt. Aber was hat denn nun eigentlich das kalte Auge der Weißen Nacht mit Kana jetzt zu schaffen? Hm. Sind deren Ziele so ungefähr die gleichen? Eigentlich ja. Kanas Ziele, also die von Lord Freese, sind ja so gesehen ja die gleichen. Das Königshaus, oder besser gesagt, das Königreich Clover in die Verzweiflung, in die Verderbnis zu schicken. Zu vernichten. Rache. Das ist das große Ziel. Und ja, mal sehen, wie das Ganze dann noch weitergehen wird. Und vor allem auch, wie viele Episoden mag dann eigentlich die Hauptstory jetzt noch besitzen. Und wenn wir jetzt schon gegen Fana, die Hassende, gekämpft haben, werden wir dann wohl auch noch gegen Veto, die Verzweiflung kämpfen? Müsste dann theoretisch so sein. Gegen Licht, den Anführer des kalten Auges, schätze ich mal eigentlich ja eher mein nicht. Hm. Wir müssten auf jeden Fall so ungefähr fast beim Ende wohl angekommen sein. Und damit sage ich dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.